Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und das hier ist der erste Teil unserer neuen Tutorial-Serie und zwar zur WPF. In diesem Video werde ich erstmal klären, was die WPF überhaupt ist und warum man sie verwenden sollte. Und ja, ich würde sagen, wir fangen damit jetzt einfach mal an. Stellen wir uns also erstmal die Frage, was ist die WPF überhaupt? Nun, WPF steht für Windows Presentation Foundation und es handelt sich dabei um ein GUI-Framework, mit welchen wir umfangreiche grafische Benutzeroberflächen unter .NET entwickeln können. Das heißt, wir können hiermit wirklich C-Sharp-Anwendungen entwickeln, die jetzt nicht einfach nur Konsolenanwendungen sind, sondern wir können hier wirklich GUIs entwickeln, also grafische Benutzeroberflächen. Die WPF ist dabei der Nachfolger von Windows Forms. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere von euch, Windows Forms ist im Grunde einfach nur die Vorgängern-Technologie zur WPF. Damit hat man früher grafische Benutzeroberflächen unter Windows entwickelt. Aber das Ganze ist jetzt inzwischen schon ziemlich altmodisch geworden und man benutzt heutzutage eigentlich nur noch die WPF. Windows Forms kommt noch bei alter Software zum Einsatz, aber bei umfangreicher neuer Software eher nicht. Man kann Windows Forms natürlich heute auch noch verwenden, wie man will. Man sollte aber wie gesagt für umfangreichere und modernere Projekte besser die WPF nutzen, da sie Windows Forms in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Also das ist ganz wichtig. Windows Forms ist zwar von der Lernkurve her ein bisschen leichter zu erlernen. Die WPF ist halt um einiges komplexer als Windows Forms, weil es halt auch wirklich viel mehr Features gibt. Aber es lohnt sich wirklich diese Lernkurve der WPF in Kauf zu nehmen, da die WPF wirklich um einiges besser ist als Windows Forms. Gut, wir wissen jetzt also, was die WPF ist. Die WPF ist der Nachfolger von Windows Forms und man kann damit GUIs entwickeln. Jetzt stellen wir uns aber mal die Frage, was so eine GUI überhaupt ist. Das ist ja auch erstmal ganz wichtig. Wir lernen ja in dieser Tutorial-Serie, wie man GUIs entwickelt. Da sollte man vielleicht erstmal klären, was so eine GUI überhaupt ist. GUI steht für das englische Wort Graphical User Interface. Und Graphical User Interface bedeutet auf Deutsch so viel wie grafische Benutzeroberfläche. Wenn man das Ganze jetzt aber wortwörtlich übersetzen würde, dann würde das so viel bedeuten wie grafische Benutzerschnittstelle, weil wir hier ja dieses Wort Interface haben. Man sagt in Deutschland eigentlich eher grafische Benutzeroberfläche, aber wortwörtlich übersetzt ist das eine grafische Benutzerschnittstelle. Und wenn man das Ganze so übersetzt, dann kann man auch besser verstehen, wofür eine grafische Benutzeroberfläche überhaupt eingesetzt wird. Denn mit einer grafischen Benutzeroberfläche schaffen wir tatsächlich eine Schnittstelle für die Kommunikation zwischen dem Benutzer und unserer Software. Ich mache mir mal ein kleines Beispiel. Hier sehen wir eine grafische Benutzeroberfläche von einem Windows-Programm. Und das ist einfach hier dieser Standard Windows 10 Taschenrechner. Und dieser Taschenrechner, der wurde übrigens auch in der WPF entwickelt. Die grafische Benutzeroberfläche von diesem Taschenrechner ermöglicht es mir als Benutzer jetzt auf dieser Software, hier auf dieser Benutzeroberfläche eine Rechnung einzugeben. Und über diese Benutzeroberfläche kann ich diese Rechnung jetzt dem Programm im Hintergrund kommunizieren. Das heißt, ich kann das Ganze hier eingeben. Ich möchte zum Beispiel 1 plus 1 rechnen. Dann drücke ich auf ist gleich und dann sende ich mit dem Knopfdruck auf ist gleich diese Rechnung, die ich eingegeben habe, an das Programm. Das Programm verarbeitet diese Rechnung nun und das Programm kann jetzt über diese Benutzeroberfläche auch mit mir, also dem Benutzer, kommunizieren, indem es auf dieser grafischen Benutzeroberfläche ein Ergebnis ausgibt. Das heißt, die grafische Benutzeroberfläche ist einfach nur eine Schnittstelle für die Kommunikation zwischen dem Benutzer selbst und dem Programm. Sehr coole Sache also und das ist auf jeden Fall um einiges besser als eine Konsolenanwendung, denn wir haben hier, wie man sieht, auch Buttons, die man klicken kann. Es gibt auch andere Steuerelemente, die man nutzen kann, um die Funktionalitäten einfacher bedienbar zu machen. Und ja, allgemein gibt es heute ja eh kaum noch Konsolenanwendungen, außer es sind wirklich ganz kleine Sachen, die da mitgemacht werden sollen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man lernt, wie man so eine GUI entwickeln kann. Und das lernen wir in diesem Video Tutorial. Gut, jetzt will ich natürlich auch noch eine andere grafische Benutzeroberfläche mal als Beispiel zeigen, die mit der WPF entwickelt wurde. Ich zeige jetzt einfach mal so einen Kontaktmanager, den ich entwickelt habe und ja, der wurde wirklich komplett nur mit der WPF und C Sharp umgesetzt. So, du siehst also, dass ich mich hier in Visual Studio befinde und hier haben wir auch den Editor, in dem ich meinen Kontaktmanager hier entwickelt habe. Ich habe das Ganze hier wirklich komplett in XAML definiert. XAML ist eine Beschreibungssprache, mit der wir hier in der WPF unsere Benutzeroberflächen definieren. Darauf komme ich aber später noch zu sprechen. Und ja, damit habe ich hier wirklich erstmal diese Benutzeroberfläche gebaut. Und du siehst, ich habe hier im Hintergrund auch Klassen, die in C Sharp geschrieben sind, die wirklich hier auch für die Logik zuständig sind. Und ja, hier haben wir dieses Code Behind, in dem diese ganze Logik für diese Benutzeroberfläche definiert ist. Ich starte dieses Programm jetzt einfach mal, damit du siehst, was ich hier erstellt habe. Machen wir das einfach mal, öffnen wir das. Dann siehst du, habe ich hier dieses Programm, das heißt Contacti. Hier habe ich schon Kontakte eingespeichert. Einmal den Yannick Brün und da sind wirklich Informationen wie Personen, Informationen, Anschrift und weitere Anschriftsinformationen. Muss ich hier noch ändern, das ist eigentlich Kontakt, was hier stehen soll. Aber du siehst, das Ganze funktioniert hier einwandfrei. Ich kann auch einen neuen Kontakt hinzufügen. Den nenne ich jetzt einfach mal Peter Fredl. Der ist 22, wohnt in Stuttgart. Keine Ahnung. Die Straße ist Peter Straße. Peter Straße 3 und der hat hier diese Telefonnummer und die E-Mail-Adresse ist Peter at Peter.de. So und jetzt kann ich hier auf hinzufügen klicken und du siehst, der Peter Fredl wurde jetzt zu dieser Liste hinzugefügt. Und ja, das ist also ein Beispiel für eine grafische Benutzeroberfläche, die man hier mit der WPF entwickeln kann. Das ist also ziemlich cool und ja, sowas kann man da machen mit. Jetzt stellt sich wahrscheinlich der ein oder andere von euch noch die Frage, wieso man für die Entwicklung von GUIs unter .NET die WPF verwenden sollte. Es gibt ja auch andere GUI-Frameworks, zum Beispiel Windows Forms und die sind ja in der Benutzung viel, viel einfacher. Die WPF bringt nämlich eine ziemlich große Lernkurve mit sich mit. Diese Frage ist nicht ganz einfach beantwortet. Es gibt nämlich sehr viele Vorteile, die die WPF zu bieten hat und ich möchte jetzt einfach mal die wichtigsten Vorteile der WPF aufzählen. Denn die WPF ist wirklich um einiges weiterentwickelt als zum Beispiel Windows Forms und ist auch viel, viel moderner und auf einem viel moderneren Stand. Und ja, ich möchte jetzt einfach ein paar Beispiele nennen, die das so ein bisschen zeigen. Die WPF ermöglicht zum Beispiel die Entwicklung von auflösungsunabhängigen grafischen Benutzeroberflächen, da sie ein dynamisches Layout-System besitzt und Vektorgrafiken rendert. Ja, das ist wohl der größte Vorteil der WPF. Wir können hier wirklich auflösungsunabhängige grafische Benutzeroberflächen entwickeln. Das heißt, unsere Benutzeroberflächen sehen auf allen Geräten gleich gut aus, egal was für eine Auflösung diese haben. Es gibt nämlich in der WPF ein dynamisches Layout-System, das die Anordnung unserer Steuerelemente algorithmisch durchführt. Jedes Mal, wenn sich zum Beispiel die Bedingungen in unserer Benutzeroberfläche verändern, weil zum Beispiel der Platz jetzt ein anderer ist im Fenster oder weil das Fenster verschoben oder vergrößert wurde und so weiter und so fort, das passt sich immer sofort an das Layout, wenn wir das ganze System richtig benutzen. Und die WPF rendert Vektorgrafiken. Windows Forms rendert zum Beispiel nur Pixelgrafiken. Das heißt, wenn wir in Windows Forms eine Anbindung hochskalieren, dann sieht alles verschwommen aus und matschig, weil die Pixel natürlich nicht auflösungsunabhängig sind. Vektorgrafiken kann man skalieren, wie man möchte. Die sehen immer gleich scharf aus und das ist natürlich einer der Riesenvorteile, den die WPF zu bieten hat. Ein weiterer Vorteil ist der, dass die Definition von GUI und Programmlogik in der WPF getrennt voneinander sind. Das heißt, die Definition von der GUI macht zum Beispiel der Designer, der entwickelt diese GUI in einer Beschreibungssprache namens XAML und diese Definition der GUI ist komplett getrennt von der eigentlichen Programmlogik. Das heißt, die Programmlogik kann irgendeinen Programmierer machen, der mit C Sharp arbeitet und ja, der programmiert es dann so. Und am Ende wird das Ganze zusammengeführt und man hat eine grafische Benutzeroberfläche, die wirklich mit einer Programmlogik, einem sogenannten Code Behind im Hintergrund verbunden ist. Und das ist ein sehr, sehr cooles System, denn so können wirklich Designer ihren Job machen und Programmierer ihren Job. Und da kommt sich keiner so schnell in die Quere. So, und zu guter Letzt nutzt die WPF als Render Engine auch noch DirectX und ist somit Hardware beschleunigt. Bei Windows Forms kam als Render Engine GDI Plus zum Einsatz und das war nicht Hardware beschleunigt. Das heißt, man konnte die Leistung der Grafikkarte nicht wirklich beanspruchen. Man kann also sehr umfangreiche und grafisch aufwendige GUIs mit der WPF entwickeln, weil das Ganze jetzt hier wirklich Hardware beschleunigt ist. DirectX kam ja früher eigentlich nur in Videospielen zum Einsatz. Jetzt wird das Ganze aber auch bei grafischen Benutzeroberflächen in der WPF genutzt. Und ja, das hat sehr, sehr viele Vorteile. Man kann nämlich zum Beispiel in seinen grafischen Benutzeroberflächen Animationen verwenden. Man kann 3D-Objekte darin rendern lassen. Man kann tolle Effekte erzeugen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich sehr, sehr cool das Ganze. Und ja, das waren mal so ein paar Vorteile der WPF gegenüber anderen GUI-Technologien. Und in diesem Sinne war es das auch mit diesem Video. Ich habe dir jetzt mal ein bisschen so erklärt, was die WPF überhaupt ist. Und in den kommenden Parts werden wir uns mal wirklich die WPF im Detail anschauen und mal gucken, wie man damit arbeitet. In diesem Sinne war es das mit diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen wirklich regelmäßig Videos wie dieses hier. Und wenn das genau dein Ding ist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Übrigens, in der Videobeschreibung befindet sich ein Link zu unserem C-Sharp WPF Masterkurs. Das ist ein aufwendig produzierter Videokurs mit über 9 Stunden Videomaterial, in welchem du wirklich alles lernst, was du wissen musst, um mit der WPF und C-Sharp deine eigenen GUI-Anwendungen entwickeln zu können. Wenn du da Interesse hast, dann schau dir auf jeden Fall mal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung.